Hast du den Überblick darüber verloren, welche Wortarten es in Deutsch gibt? Gar kein Problem! Nach unserem Video wirst du alle Wortarten kennen. Also lass uns starten! Du willst die besten Lernvideos für Schüler und Studenten? Dann komm auf studyflix.de oder hol dir unsere kostenlose App. Eines haben alle Wörter im Deutschen gemeinsam. Du kannst sie zumindest einer von insgesamt 10 Wortarten zuordnen. Dazu zählst du flektierbare und nicht flektierbare Wortarten. In der Tabelle siehst du sie alle auf einen Blick. Flektierbar bedeutet, dass die Wortart veränderlich ist. Du kannst Nomen, Adjektive, Pronomen, Artikel und Nummerale nämlich deklinieren. Beim Deklinieren passt du ihre Form an Fall, Anzahl und Geschlecht an. Verben konjugierst du. Das bedeutet, dass du ihre Form nach den Merkmalen Person, Anzahl, Geschlecht und Zeitform anpasst. Neben den veränderlichen Wortarten gibt es aber auch noch die nicht flektierbaren. Bei Adverbien, Präpositionen, Konjunktionen und Interjektionen verändert sich die Form nie. Schauen wir uns jetzt die Wortarten genauer an. Wir starten mit den Nomen. Nomen oder Substantive beschreiben Gegenstände, Tiere, Personen, Pflanzen oder Begriffe. Wenn du ein Nomen sehen oder anfassen kannst, wie zum Beispiel Stuhl, Hase, Großvater oder Kleeblatt, ist es ein konkretes Nomen. Begriffe, die Gefühle und Empfindungen beschreiben, sowie zum Beispiel Angst oder Liebe, sind abstrakte Nomen. Du kannst dir merken, dass Nomen immer groß geschrieben werden. Das siehst du in den Beispielen. Außerdem werden Nomen oft von einem Artikel begleitet. Der Artikel hilft dir dabei, die Mehrzahl von Nomen zu bilden. Und wie du siehst, hat sich die Form des Nomens beim Bilden der Mehrzahl verändert. Du möchtest kostenlose Bildung unterstützen? Dann abonniere unseren Kanal! Mit Verben zeigst du an, was jemand tut. Verben stehen immer in einer bestimmten Zeitform. Daran kannst du erkennen, wann etwas passiert. Zum Beispiel zeigt das Verb in, sie las ein Buch, die erste Vergangenheit an und in, sie liest ein Buch, die Gegenwart. An den Zeitformen des Verbs, aber auch wenn du es konjugierst, erkennst du, dass sich seine Form ändert. Adjektive beschreiben Eigenschaften von Nomen. Dabei kann ein Adjektiv vor oder hinter dem Nomen, auf das es sich bezieht, stehen. Du kannst zum Beispiel sagen, das neue Haus. Oder das Haus ist neu. Wenn es vor dem Nomen steht, musst du es deklinieren. Eine Besonderheit von Adjektiven ist, dass du sie steigern kannst, um Dinge miteinander zu vergleichen. Ein Beispiel dafür ist klein, kleiner, am kleinsten. Mehr dazu erfährst du in diesem Video. Mit Adverbien beschreibst du Umstände. Sie geben Auskünfte über einen Ort, einen Zeitpunkt oder Zeitraum, die Art und Weise oder einen Grund. Du siehst, dass Adverbien meistens nur aus einem Wort bestehen. In der Regel sind sie auch unveränderlich. Um herauszufinden, zu welcher Kategorie ein Adverb gehört, musst du einfach nur die W-Fragen stellen. Pronomen können ein Nomen erläutern oder sogar ersetzen. Es gibt viele unterschiedliche Arten von Pronomen, die du auf verschiedene Weise in einem Satz verwenden kannst. Hier siehst du eine Übersicht der verschiedenen Pronomen. Es gibt Personalpronomen, Demonstrativpronomen, Possessivpronomen, Relativpronomen, Reflexivpronomen, Interrogativpronomen und Indefinitpronomen. Prima! Die ersten fünf Wortarten kennst du jetzt schon. Mit Präpositionen zeigst du an, wie sich mindestens zwei Wörter zueinander verhalten. Das siehst du hier. Die Tasse steht auf dem Tisch. So wie im Beispiel stehen Präpositionen meist vor ihrem Bezugswort und dessen Begleiter. Somit bestimmen sie auch den Kasus des Bezugsworts. Wenn du zum Beispiel die Präposition entlang verwendest, wie in entlang des Flusses, muss das Bezugswort und dessen Artikel im Genitiv stehen. Die Präposition selbst ist unveränderlich. Konjunktionen kennst du vielleicht auch als Bindewörter. Du nutzt sie, um Hauptsätze, Nebensätze oder einzelne Wörter zu verknüpfen. Mit nebenordnenden Konjunktionen verbindest du zwei Hauptsätze, zwei Nebensätze oder einzelne Satzglieder. Das siehst du hier. Ich mag das mehr, aber manchmal ist es zu kalt. Wenn du einen Nebensatz mit einem Hauptsatz verbinden möchtest, brauchst du eine unterordnende Konjunktion. Das sieht dann so aus. Er hat viel trainiert, damit er gewinnt. Um das Geschlecht und die Anzahl von Substantiven anzuzeigen, brauchst du Artikel. Du unterscheidest zwischen den bestimmten Artikeln der, die, das und den unbestimmten ein, eine, ein. Sie stehen immer vor dem Nomen. Das siehst du im Beispiel eine Katze. Wenn du den Artikel deklinierst, verändert sich dessen Form. Das kannst du sehen, wenn wir unser Beispiel in den Genitiv setzen. Der Artikel ist jetzt nicht mehr eine, sondern einer. Mit Numeralien gibst du an, wie oft etwas vorkommt. Es sind Zahlwörter, von denen es verschiedene Arten gibt. Du unterscheidest zwischen Kardinalzahlen, Ordinalzahlen, Bruchzahlen, Vervielfältigungszahlwörtern, Gattungszahlwörtern und unbestimmten Zahladjektiven. Sehr gut, jetzt sind wir schon bei der letzten Wortart. Das sind die Interjektionen. Sie sind Ausrufe, mit denen du Empfindungen, Gefühle und Geräusche beschreibst. Also zum Beispiel Und das war's auch schon. Jetzt kennst du alle Wortarten. Super! Wenn du jetzt noch sehen möchtest, wie du aus einem Adjektiv oder einem Verb einen Nomen bildest, bleib einfach dran. Viel Spaß! Dir hat das Video gefallen? Für mehr kostenlose Videos, komm auf studyflix.de und hol dir unsere App.